Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja wie ihr jetzt seht liegt hier vor mir ein bisschen Radität. Beim Durchschauen und Durchputzen von meinem Waffenschrank habe ich meinen alten 98er mal wieder rausgezogen und den möchte ich heute mal kurz vorstellen und was ich damit eigentlich so vor habe. Ja wie jetzt seht es handelt es sich um ein K98 im Ursprungszustand eigentlich von La Coruña. Allerdings wurden von einem der Vorgänger ein paar Modifikationen durchgeführt. Der hat einen jagdlichen Schaft verbaut. Das Magazin, das Originale ist weg. Es ist ein Einsteigmagazin dabei, was natürlich jetzt für mich auch Vorteile bietet. Hinten der Kammerstängel, das ist auch nicht mehr original. Also da ist auch etwas modifiziert worden. Beziehungsweise es ist ein Polliter. Ich weiß nicht, wo der her ist, was da gemacht worden ist. Aber ich weiß, es funktioniert. Wie ihr wisst, habe ich vor einiger Zeit schon mal ein Video gedreht, bei dem ich mit offener Visierung gejagt habe. Und damals habe ich meine 868 hergenommen. Die 868s ist leider da ein bisschen übertriebenes Kaliber, um auf so kurze Distanzen, in denen man mit offener Visierung schießt. Also ich rede hier von 20 bis 50 Meter und richte da beim Rehwildgrad ordentlichen Schaden an. Deshalb habe ich mich damals entschlossen, mir was anderes da zu holen und habe dann relativ günstig das Gewehr, ich glaube so um die 150 Euro, irgendwo gegattert und habe es mir dann jetzt so hergerichtet, dass ich es für meine Zwecke nutzen kann. Der ist jetzt übrigens im Kaliber 8x57s. Das ist ein ziemlich gängiges Kaliber bei uns. Ich habe auch noch einiges an Munition dafür da. Und ich denke, dass das ein bisschen besser ist, als mit der 868, dem großen Bruder dazu, auf die Distanzen zu schießen. Es ist vorne an der offenen Visierung vom Vorgänger auch was gemacht worden. Der hat die weggebaut. Die musste ich jetzt da nochmal nachrüsten. Und ich hoffe jetzt, wenn es dann wieder besser wird draußen, dass ich das mal ausprobieren kann. Und sobald da eine Jagd so losgeht, möchte ich dieses Mal starten und versuchen, mit der einen Bock zu erlegen. Beim letzten Video habe ich das Ganze während der Brunft gemacht. Da ist es ein bisschen einfacher. Das Rehwild ist da mehr mit sich beschäftigt. Es kriegt einen nicht so mit. Durch Platten kann man die Böcke relativ nah ranholen. Und dieses Mal soll es ein bisschen spannender werden. Und ich mag mich mit dem Teil nah ans Wild ranpirschen und versuchen, einen Bock zu strecken. Ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Es ist nicht ganz so einfach. Auch mit dem Filmen nicht. Zu zweit ist man meistens relativ laut. Und alleine hat man die Schwierigkeit mit dem Filmen. Aber ich lasse mir da was einfallen. Und ich hoffe, ich kann euch da ein paar coole Aufnahmen dann zeigen. So, das wär's jetzt mit dem Video. Lasst gerne mal einen Kommentar dazu da. Was haltet ihr von solchen gewähren? Habt ihr mit sowas schon mal geschossen? Wie sind allgemein eure Erfahrungen mit Schießen mit offener Visierung? Natürlich würde mich auch über Abo gefreuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Und macht es gut. Bis dahin. Servus.